Schicksals treffen im Mondschein. Ich bin dem Werwolf Sinding begegnet, der aufgrund einer Bestrafung durch den Detra-Fürsten Hesine nicht mehr die Gestalt wechseln kann. Hesine hat mich gebeten, die Sache zu Ende zu bringen. Durch Sindings Tod würde ich seine Gunst gewinnen. Beginne die Jagd. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play. The Elder Scrolls V Skyrim. Wir sollen die Jagd beginnen. Das Ziel befindet sich in die Dickbauchgrotte und dort gehe ich jetzt gerade hin. Auf jeden Fall coole Bilder, die Logan hinterlässt. Ich glaube, ich habe den Werwolf ausgerüstet, ne? Ich habe nichts ausgerüstet. Warum nicht? So, kann ich hier rumlaufen oder ist hier gleich Wasser? Ne, ich kann hier rumlaufen. Und langsam erhebt sich die Sonne über den Horizont und erhält das gesamte Gebiet in einem schönen Licht. Boah, geil. Nice. Ich mache jetzt keine absichtlichen Fotos, die werde ich hinterher schießen. Wenn ich das Ganze erst überprüfe, gehe ich überhaupt richtig? Aber das sieht schon verdammt geil aus. Kein direkter Weg sichtbar. Das ist toll. Das bedeutet, wir müssen die Jagd tatsächlich so beginnen. Schauen wir auf die Karte. Aber ich glaube, ein direkter Weg ist auf der anderen Seite eher einnehmbar. So gesehen würde ich sagen... Mit einem Werwolf kann man nicht unbedingt hoch. Aber normal zu Fuß müsste doch theoretisch gehen. Ich wäre froh, wenn ich zumindest die Sehnenklänge habe. Tut mir leid, Leute. Aber das muss sein. So, hier sollen die Jagd beginnen. Wo ich diese Umgebung viel schöner finde. Dann das Leben. Aber so sei es. Jetzt wird doch sein Kopf rollen am Ende. Kommt doch hier nicht hoch, oder? Oder kann ich mich hochglitschen, wie sonst auch immer? Ne, ich glaube diesmal nicht. Vielleicht muss ich mich auch nicht hochglitschen. Vielleicht reicht es, wenn ich einfach nur hier hoch springe. Hoch. Hier ist Schnee. Schneegebiete mag ich eigentlich nicht so. Aber hier ist so oder so ein direkter Weg. Der mich da, denke ich mal, auch zur Höhle führen wird. Der ist aber gut versteckt. Hey, so kann ich ihn von oben überraschen. Guck mal da. Das ist ein richtig geiler Ausblick, ey. Wahnsinn. Boah. Also jetzt schieße ich tatsächlich ein Thumbnail. Beziehungsweise einfach nur ein Bild über Fraps. Krass. Warte mal. Vielleicht kann ich noch ein richtig cooles Bild generieren. Richtig geil. So, aber Schluss mit Zeitziehen. Wir haben Wichtigeres zu tun. Nämlich die Jagd. Der ist vermutlich hier unten. Der war ich ja doch richtig, als ich runterging. Ja, dann glitsche ich mich hier runter. Was meint ihr? Der wird sich wahrscheinlich in einen Werwolf verwandeln, sobald ich ihn antreffe, oder? Und den dann mitteile, sorry, ich muss dich jetzt umbringen, weil sonst bin ich da der Arsch. Von Dienst. Wie episch meine Stimme dann verreist, ne? Beginnen wir die Jagd. Die Falme sind niederträchtige, böse, krähe Schöpfe, die tief unter dem Erdboden Himmelsrand hausen. Sie werden von einem einzigen Verlangen getrieben. Die orbelirdische Welt und sämtliche Rappierwohner zu vernichten. So. Logen im Untergrund. Heimlich und tückisch wird er sich jetzt seines Ist das Kajid? Sieht aus wie ein Kajid. Oder ist das ein Hundemensch? Alter, ich hab Angst. Schließ dich der Jagd an. Das ist das, er ihn kajid. Alter, hier ist ein Massaker ausgebrochen. Hat der Blutmond euch auch zur Jagd gerufen? Jagdgefährte? Was ist hier passiert? Die Beute ist stark. Stärker als die Jäger. Aber es werden mehr kommen. Er legt ihn. Zum Ruhm von Fürst Oh, vielen Dank für dein Gold. Okay. What the fuck? Boah. Übel. Das meint also mit Blutmond. Boah, Alter. Ich kann mir das nicht anschauen. Wir sind in einer Zwischenwelt gelandet. In der es Nacht ist. In der der Mond blutig ist. In dem ein Wehrwolf sein Unwesen treibt. Tod. Tote Menschen, Kajid und Ork mit Namen. Schlecht fürs Geschäft. Schlecht fürs Let's Play. Ein Wasserfall. Meistens befinden sich Dinge hinterm Wasserfall. Ich werde da reinschauen. Oder eine Trübe findet sich einfach unten. Es lohnt sich immer. Oh, ich habe schon gesehen. Da ist nichts. Alter Schwede. Also ein bisschen mulmig ist mir ja schon, ne? Nur ich kann mich in einen Wehrwolf verwandeln. Und die Jäger nicht. Oh, 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 oh. Da ist er, da ist er. Er hat seine Wehrwolfform angenommen. Ich glaube, das wird ein Showdown, ne? Ja, das fragt mich mich auch. Warum? Komm runter. Ich habe den Auftrag, euch zu töten. Oh, ne, ich muss das ja anders sagen. Ich habe den Auftrag, euch zu töten. Hallo? Ich werde es sagen. Ähm. Ich kann das nicht sagen. Gut. Können wir ja gleich den Schnellspeichern laden. Hey, ich wusste nicht, dass ich so, dass ich nichts sagen kann. Faszinierend ist, dass er sprechen kann, während er in einer Form ist. Ich habe den Auftrag, euch zu töten. Warum kann ich das nicht sagen? Ja, dann halt nicht. Bis dann. Tschüss. Ja, ich komme jetzt hoch zu dir, ne? Der war wahrscheinlich zu weit weg. Ich habe den Auftrag, euch zu töten. Hörst du mich jetzt? Und ich würde es verdienen, oder? Ich kann euch nicht davon abhalten, wenn ihr das tun wollt. Hörsine ist zu mächtig. Aber wenn ihr mich verschont, kann ich euch ein starker Verbündeter sein. Und ich würde versprechen, nie wieder in die Zivilisation zurückzukehren. Ich weiß jetzt, dass ich nicht unter Menschen leben kann. Oh Gott. Ja. Toller Monolog. Oder, ne, kein Monolog hier. Dilemma. Eigentlich würde ich sein Leben verschwunden, aber andererseits kann ich mich auch nicht gegen einen Halbgott stellen. Aber andererseits, pfff, die Detra können mich mal, oder? Aber ich weiß nicht, es... Es ist eine zu große Gefahr eigentlich. Was würdet ihr machen? Was würdet ihr tun? Das Problem ist, ich kann es ja nicht entscheiden. Oder ihr könnt es nicht entscheiden. Ich muss ja selbst entscheiden. Es ist ja leider kein LP. T hier. Oder zumindest ist es nicht möglich, ja. Ähm. Halt, 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 halt. Halt. Warte doch. Reden. Oh, guck mal. Bringe Roniels Tagebuch zu Roniel. Ah. Okay, wir bringen ihn um. Er hat es selbst... Er hat es entschlossen. Ich war es nicht. Ihr merkt... Er bringt Leute um. Torquild, der furchtsame. Ruh in Frieden. Ruh in Frieden. Ruh in Frieden. Mann, wir hören, wie er Leute abschlachtet. Das kann so nicht weitergehen. Ich gebe ihm mal Feuer. Und jetzt... Aua. 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 Heute sinning. So, dann wollen wir noch mal ein bisschen warten, bis Logan sich wieder zurückverwandelt. Wir haben ihn umgebracht. Aber war nicht meine Schuld. Ich trage zu viel und kann nicht rennen. Ich muss unbedingt den einen Ring da wieder... So, zack, zack und zack. Ähm. Alter, was für eine Blutlache hier. So. Wir werden ihn häuten. Sinnings Leiche die Haut abziehen? Ja. Das habt ihr gut gemacht, Jäger. Ich habe getan, worum ihr mich gebeten habt. Und hab euch meine Gunst verdient. Diese Haut wird euch gute Dienste leisten, Kind. Seht genauer ein. Mein Ruh soll euch vor allen Widrigkeiten dieser Welt schützen. Gute Jagd. Verfluchter Ringen entfernt. Sinnings Haut entfernt. Haut des Erretters hinzugefügt. Und schwupp ist er weg. Tja. Logan. Wer war auf schlechter. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. проп 현재. Wie er ist die Hass. befindet sich in der Hand. Ich persönlich. Wie er ist die Hass. Ich hoffe, oh массmer. The name isinhaus. Und das ist das hier. Ich hoffe, oh. Wie er ist die Hass. Ich hoffe, oh. Ich hoffe, oh. Ich hoffe, oh. Untertitelung des ZDF, 2020